Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Ich wollte nur sagen, dass ich bald ein Mischput kriege, und zwar das Q502 USB von Behringer. Und, ähm, ja, das Mikrofon dauert noch ein bisschen bis es ankommt. Es kommt am 16. April an und dazu noch das XLR-Kabel kommt am 14. bis 15. April an. Also, äh, bis dahin werde ich auch keine Videos machen, bis das Mischput da ist. Weil, das Mikrofon, äh, okay, hier ist das Mikrofon, das ja, hat den Grundrauschen. Und, das, äh, kriege ich nicht weg bei mir mit Outer City. Ähm, wenn ich das doch weg, ich kriege das schon weg, aber dann bleibt ein Restrausch übrig und das setze ich etwa so an. Warte mal, ich mach's mal kurz. Und so hört sich das an, wenn ich das Rauschen entferne. Man hört so ein ganz leises Knacken, oder eher gesagt, oder man hört schon ein Knacken und ein, ähm, so ein Hintergrundrauschen. So ein, als ob der, so ein Computerrauschen hält man da, aber etwas leise. Und, das kriege ich nicht raus. Mit der Rauschentfernung von Outer City kriege ich das eben nicht raus. Und darum hab ich mir halt den, okay, was hab ich, hab mir Eltern mir halt den Mischput gekauft. Aber, wie gesagt, das dauert noch bis 16. April, bis es da ist. Und, bis es da ist, mach ich auch keine, äh, Aufnahmen mehr, weil ich sowas so weiter, so nicht weitermachen will. Weil das ziemlich scheiße ist, von der Qualität her. Und ich die Videos, die Audiospur ziemlich leise hochladen kann. Ich muss sie sehr leise stellen, damit man das, ähm, Grundrauschen nicht hört. Also, das Rauschen mal so übel kippen ist, weil sie grad hört. Ja, genau. Das Gameplay ist von Killing Floor, hab ich vorhin noch aufgenommen. Und, ja, dann, sehen wir uns am 16. April, wenn das noch rechtzeitig ankommt. Dann, ähm, mach ich noch kein, kleines Tester von dem Mischpult, wie es so ist. Und dann, sehen wir uns da wieder. Oder bis zum nächsten Video. Oder könnt ihr auch die ältesten Videos anschauen. Egal, dann bis später. Ciao. Tschüss.